Du hast so lange darauf gewartet. Alles einsteigen! Bald ist es soweit. Dein bester Freund Thomas erobert die Kinoleinwand. Du könntest die erste Lokomotive sein, die um die ganze Welt gefahren ist. Und erlebe das größte Abenteuer. Das ist alles so aufregend. Dass du dir vorstellen kannst. Lass dich überraschen. Es gibt ja so vieles zu sehen und zu entdecken. Und freu dich auf Thomas und seine Freunde. Große Welt, große Abenteuer. Der Film. Ab Januar im Kino. Der Film.